Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fairytale. Weiter geht's. Doch ein bisschen weiter die Mission machen. Weil bevor ich die Mission mache, will ich erstmal die Verbundenheit etwas erhöhen. Gut, hier ist es! Was wird rausgekommen? Warya! Warya! Gut, gehen wir! Warya! Gut! und alle sind weg auf den sirenen jetzt denn da ist wenigstens immer ein flutterer bei und weg sind sie so der flutterer ist weg level ab da ist noch eine sirene so und weg sind sie und kreaten level ab ich glaube das war es jetzt mit juvia die ist jetzt voll heißt sie hat jetzt glaube ich alle zur verfügung so wieder mal ist gray der hauptgrund dass juvia irgendwie ausrastet so ich glaube juvia hat jetzt alle ja hat sie wer ist immer mit grayn mit natsu ich glaube bei natsu ist es auch so dass alle durch sind natsu und juvia haben alle durch ist bei lucy alles durch ich glaube auch ich glaube ich glaube gray hat nur noch die frage ist was ist bei wendy die frage ist die frage ist die frage ist die frage ist wie nehme ich jetzt mit Ja, so, wie es geht Jetzt fehlt jetzt praktisch jetzt nur noch Gray mit Wendy Dass sie ihre Verbundenheit noch erhöhen Und dann geht es weiter mit der Story Würde ich sagen Das fühlt sich anders an What? Was meinst du jetzt damit? Ja, ja, ich bin eine Ahnung Das ist das, was ich bin ein sehr starkes Ich bin ein und ich bin ein ganzes Geist und ich bin ein sehr starkes 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 So, die sind mein Ziel. Okay, die ist sofort tot. Hä, sie hat noch überlebt. Leve up. Hm, wenigstens, glaube ich, Level 14 anscheinend. Ja, 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 ich bin weg. Nee. Okay, sie ist betäubt Eine Sirene fehlt noch So Aquarius So Mission müsste fertig sein Ach, es sind acht Sirenen, die ich machen muss So Capricorn Und weg sind sie Das bringt auf jeden Fall auch etwas Geld Noch ein bisschen Ich glaube noch zwei Missionen Und ich kann mit Wendi das Hey Dann habe ich ja gleich die D-Mission durch Was mir eigentlich ziemlich recht ist Zehn Flutterer Hintereinander Also hintereinander Bestehen ist nicht gerade gut Wenn man Wendi hat Die alle hintereinander angreifen kann Hallöchen Wieder Jetzt sind sie so aufgeteilt So, weg mit dem Die wird auf jeden Fall Leicht So, noch zwei Flutterer Der muss ich einfach nur angreifen Das müssen drei sein No, nimm das Level ab Stufe 14 Ich level mich irgendwie gerade ein bisschen sehr weit hoch Nur um diese Rang hoch zu pushen Na Okay, die ist sofort tot Wie sagt, dieser Flutterer Das war ja einfach Das war ja einfach Wie viel Oh, ich habe 28.000 Das war ja einfach Dann würde ich mal sagen Auf nach Zum Arcade Beach Das hier ist Warum steht hier eigentlich Mira Jane Da ist auch irgendeine Eine Sache Um an meine Gilde zu Verbessern Ich glaube, das Das war ja einfach Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Das ist wichtig für mich. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ich denke, dass ich nicht nur drei Monate dauere. Oh! 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 Netsu! Um... Ja! Was hat er denn? Was will er? Was willst du denn haben? Und davon habe ich jede Menge Was seid ihr denn für welche? Okay, die sind nicht gerade schwach Und was geht Oh, Level Up Noch mehr Aquarius Und dann noch diese hier Capricorn Und Hammer So stark waren die jetzt nicht Also Episode Komplett Das war's Das war's Das war's Lucy Das war's für mich. Hey, hast du gehört, die魔法? All das魔法 ist, was du? Hades sagte, ich wollte das in die Hand. Ich habe das Wort von meiner Mutter gehört, aber... Zelef oder große魔法? Oh, Hades, ja. Was machst du eigentlich für ein Training? Oh, was machst du mit unseren Gildern? Enviable! Es ist schwer. Barabon? Wie war das? Das heißt, dass Lucy seit 7 Jahren in der Fairies-Sophia ist. seit wann ist das lucy schuld seit wann also auf zur geisterwelt und das ist der könig natürlich ist er groß das war nur eine falle oh hi hallo flu Hallo Leo Heißt Party time Natürlich Juvia und Aquarius reden miteinander Juvia und Aquarius reden 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 Juvia und Aquarius reden